jo leute was geht willkommen zurück zu diablo 4 heute in der open beta können wir den druiden nehmen und den todmischhörer erstmal den druiden abfahrt ich habe so bock auf den druiden männlich alter alter der sieht irgendwie aus wie so ein schauspieler der sie ist krass aus ich habe noch nie selber angepasst aber das mache ich dann wenn es feine rauskommt nein nimm den ja fertig schein alter hat der körper spiel starten veteran abfahrt story habe ich mir letzte woche ja schon angeguckt werde ich auf jeden fall also überspringen was hat er in der hand ich will mir sofort die fähigkeiten angucken ich habe zwei fähigkeitspunkte erdspieß windel windschere sturmschlag klaue werwolf was gestalt wandeln werwolf werbär ja auf jeden fall gestalt wandeln oder nehmen wir den bär oder den wolf euch in einen werwolf dann schlagen einen gegner um 6 schaden zu verursachen ich habe einen werwolf und einen gegner um 6 schaden zu verursachen anfallen fügt über eine chance um ihn wieder zu schlagen 30 prozent das cool gift schaden doppelt anzugreifen also ich finde das hier ganz cool reichweite ich würde ich nehme werbär einfach auf bär gehen nächstes level 7 schaden was das hier wenn der gegner von einer wohnung wird hier steuerung ja das geil geil ich bin bär oh yes oh yes alter druide ich wusste dass ich auch druide bock habe druide ist ja so nice guck mal wie ich die wegmetzel die haben gar keinen bock werbär zum glück habe ich nicht den wolf genommen werbär ist ja so nice das ist langsam nachdem ich die ganze zeit den barbaren gespielt habe der übel schnell ist der druide ein bisschen langsam wird einfach zum bär die ich bock habe um 21 um 19 uhr den weltenboss weg zu ballern mit dem werbär level up ich kann hier jetzt was machen herz der wildnis maximale geistkraft wird sich um drei was das hier wäre pulverisieren verwandelt euch in einen werbären schmettert auf dem boden und fügt gegnern 16 schaden zu durch einen werwolf und ein kompromiss rein und fügt aus näh raubtierinstinkt oder kurze chancen erhöht sich um drei prozent erdrutsch also ich bin ganz doll beim werbären geisteskraft geisteskraft ich glaube ich nehme werbären was gibt es denn noch hier könnte ich mal gucken ne vollwerk warte hier wer bär wollt euch in einen werbären stoße ein mächtigen gebrüll aus den gegnern hier 45 ringert schaden von hier warum ist man jetzt geheilt der ist gut da ist heilung das ist gut was haben wir hier wölfe beschwört zwei wolfsgefährten ein rabe kreist über euch durchgreift wiederholt eure gegner und befügt ihnen dabei alle fünf sekunden für ihr schaden zu gefährden man kann ich mache auf jeden fall beide gefährden klar klar was wenn ihr menschengestellt an und ne kann ich noch mehr gefährden ich will noch mehr gefährden toll gut ey ich will auch einen bären herbeirufen was gibt es hier noch versteinern zerfleischen grizzly zorn da sehe ich mich ein todeswehrbär erhaltet 20 prozent bonusschaden 20 prozent schadereduktion bärenkraft bestialische raserei wildheit macht zorn der sturm okay man kann also einen raben und wölfe holen oh junge da habe ich bock ich habe so bock ich habe so bock geil komm bär gegen bär bär gegen bär hast du gesehen wie ich den weg gemacht habe h h he he h h h Oh, yes. Level up. Gib mir direkt das Level up. Sekunde, muss ich hier noch erstmal machen, ne? Hier das hier, ne? Die Reichweite und den Radius von Anfallen, das brauche ich erstmal. BAM! BAM! Das ist geil. Oh, den nehm ich. Level up. Ist die Frage, Geistkraft, wie viel kostet denn dieser Angriff? Geistkraft kostet 34, was bringen wir denn da? Drei. Hier auf den Standardangriff. Auf sieben Schaden. Ein Schaden mehr. Ich hab noch keine Waffen, ne? Schaden 18. Zwei Schaden mehr. Ah, ich kann hier. Hier wird alles in der Seite sein. Gesund bleibt. Was ist hier? Ich bin jetzt in der Seite, wenn ich gesund bleibe. Ich bin jetzt in der Seite, wenn ich gesund bleibe. 20 Prozent. Hm. Ach, wieso? Ich bin auch dumm. Egal. BAM! Alter, du läufst einfach als Bär rum. Ich liebe es. Ich hab da oben lange muss. Ich habe nicht genug Spuren. Du läufst einfach als ein Bär rum. Ich werde später auch mal ausprobieren, wie das mit dem Wolf ist. Das Geile ist bei der... Ich weiß nicht, ob das im finalen Game auch so ist. Ich denke eher nicht. Aber man kann jederzeit alles respecken. Für sehr wenig Geld. Kann ich auf jeden Fall später auch einmal auf Wolf gehen. Ich will jetzt zwei Schaden verarschneiden direkt. Was? Was? Rui? Was sagst du jetzt? Ich bin schon um 20 vor in die Warteschlange gegangen. Äh, Dro. Zwei Stunden Warteschlange? Ey, bitte. Ich will keinen Disconnect haben. Wenn ich Disconnect habe, Leute, kann ich sofort offline gehen. Das bringt gar nichts. Bist du selber. Bist du das selber. Etro. Wirklich zwei Stunden? Steht da 120 Minuten? Du Scheiße. Das wäre so bad, weil ich unbedingt den Weltenboss machen will. Ich darf auf gar keinen Fallen Disconnect haben. Manni ist nicht da. Aber ich muss sagen, der macht echt wenig Schaden. Guck mal, wie wenig Schaden der macht. Oh, das wird schwierig. Sag ich euch ehrlich, das wird schwierig. Weil wie ich Schaden nicht mache. Okay. Ahhhh! Kann ich nicht, kann ich nicht. Danke für den Follow. Ich brauche dringend Leben. Das habe ich ein Problem. Danke. Das war knappig. Was ist das hier? Totem. Scheiße. Totem. Jetzt habe ich auch eine richtige Waffe. Let's go. Let's fetz. Das stürzt direkt ab. Auch du Scheiße. Necrotesten. Morgen früh, kann ich dir versprechen, ist die Warteschlange nicht mehr so krass. Spezielle Uhrzeit für Weltenbosse. Ja, heute um 19 Uhr und 21 Uhr und morgen früh um 8 und 10 Uhr. Welches Level muss man dafür sein? Max Level. Die alten Ruins sind klar. Die Verlust, für alle von euch! Einfach so ein komischer Stab. So, Fähigkeiten. Jetzt machen wir den hier. Und dann kann ich hier gleich theoretisch schon den hier machen. Schwächendes Gebrüll, obwohl... Ich will das Heulen erscheinen. Das ist besser, ne? Heilung. Mich nicht heilen kann. Das muss ich nächstes Level machen. Richtig. Okay, das war guter Schaden. Dann machen wir das Fehler, ob ich es mir holen soll. Du hast morgen, übermorgen und Montag noch Zeit. Vertrau mir. Morgen kommt ihr safe alle rein. Das war letzte Woche genauso. Ich bin letzte Woche Freitag dreimal rausgeflogen. Und... Und hab es dann aufgegeben um 20 Uhr oder so. Und um 19 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Und bin dann Samstag morgens rein und da war gar keine Probleme mehr. Gar keine Warteschlange. Das ist nur dieser erste Ansturm am Abend. Ist das echt? Ich kann das hier nicht tun. Du bist hier zu... Dank der Licht. Neue Farbe? Früher eigentlich ein Aurora ist dann eher ein Tankheater. Keine Ahnung. Ich spiel den auch grad zum ersten Mal. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Soll ich meinen Fernseher am Rechner angeschossen um nicht zu spielen? Ja... Hm. PC ist sowieso nicht so das Wahre. Playstation Beste. Schon sehr bulky aus. Ja... Ja... Audi A4,980. Vielen, vielen Dank für deinen... Sub im vierten schon. Auch schon im vierten. Und Mahlzeit. Wie gehts hier? Alles gut bei dir? Au, au, au. Schnell, 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 lauf, 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 lauf. Lauf, my friends! Aber hier sind so wenig gute Gegner, man. Es lohnt sich gar nicht, der Blitz. Ja, vielleicht doch noch. Mann, schade. Hat sich gar nicht gelohnt. Weggemacht, ey. Guck mal, was ich für eine coole Kronan habe. Das war so ein Geweih. Jo, läuft. Das Geile beim Druiden ist, dass du erstens kannst du Gefährten rufen. Und zweitens kannst du dich einfach verwandeln. Du kannst dich entweder in einen Wolf verwandeln oder in einen Bären. Mega nice. Jeder Ausruf sieht anders aus, ja. Ist jemand hier? Was schaust du hier? Story und so, Leute, mache ich nicht, weil ich habe letzte Woche komplett mir die Story reingezogen. Heute geht es einfach nur looten, leveln und welten, Boss. Falls euch wundert, dass ich hier alles skippe. Aber ich denke, ihr wollt ja eh auch selber zocken. Das wäre ja auch doof, wenn ich es jetzt hier ähm leaken würde, ne? Oder spoilern würde. Das fühlt sich so gut an. I love it. Aber der ist Arsch langsam. Ich habe einfach leveln? Ne. War knapp. Ei. Was ist mit dir? Der hat so eine krasse Stimme. Dass man sich darüber aufregt, dass das Game so dunkel ist. Nö. Habe ich noch gar nichts von gehört. Regen sich Leute darüber auf? Noch gar nichts von gehört. Ist auch nicht dunkel. Ne, finde ich gar nicht, dass es dunkel ist. Also das war, ich habe letzte Woche 30 Stunden oder so gespielt. Also da habe ich nicht einen Gedanken dran verschwendet, dass das so dunkel ist. Aber ich muss dazu sagen, ich spiele immer auf hoher Helligkeit. Guck, ich habe immer so ein bisschen heller. Er kann das ja hier auch ein bisschen heller machen. Ich spiele immer ein bisschen mehr als Mitte. Er hat wenig Ahnung. Kann sein. Ja, du musst auch sehen. Ja. Hat er seinen Monitor eingeschaltet? So. Was hast du geschrieben? Ich bin auf den Boden. Was ist mit dem Trakt 2? Das ist mit dem Trakt 2. Cloudy Eyes. Cloudy Eyes. Der hat so eine krasse Synchro, den kann ich den ganzen Tag zuhören. Cloudy Eyes. Das ist mit dem Trakt 2. Wiehst du die auch noch nicht? Ich bin noch nicht bereit. Da bist du dran. Abonniert dich, wenn ich den Tag auch nicht zapot lese. Die 2. Ich bin noch nicht bereit. So, das war ihr Epilog. Rehnbögenlevel ist ihm bestimmt genau richtig. Seid nicht so gemein, Leute. Er ist nicht da, um sich zu wehren. Schön nett bleiben. Das ist auch ein cooles Feature. Jubel. Well done. Hast du die Mission geschafft. Danke. Verschiedene Schreine, wo man verschiedene Emotes machen muss. Ich meine, ich könnte mir ja von meinem Level 25er Barbar die Sachen rübergeben. Dann wäre ich auf jeden Fall sehr stark schon. Wir sind in der Falle geboren. Kinder von Schmerzen. Der Vater der Licht kann durch Penitenz und Verzweiflung sein. Geh in der Licht. Zeig mir das ins Gesicht. Ganz schön fett dein Charakter. Übel, ne? Guck mal. Das krasse ist, die Frau sieht genauso aus. Das ist kein Druide. Das ist ein Vielfraß. Hier. Geh die Nachts Report, bevor du gehst. Blutgeheul. Blutgeheul. Das machen wir. Heilung. Heilung ist am Start. Schnauze. Nobody shame. Du hast doch damit angefangen, mit ganz schön fett dein Charakter. Deine Worte. Deine Worte. War ein Prank. Ja, ja, ja. Beste Ausrede. War ein Witz. Boah, der wird einfach wegge... Ich bin so enttäuscht. Bam. Bam. So, die Frage ist, kriege ich noch zusammen, wo die ganzen Lilith-Statuen waren? Never. Wie viel heile ich mich? Voll geheilt. Ich hätte einfach seine Art genossen. Die geben gutes Leder. Ich muss die killen. 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 Da-da-da. Loll. Ey, wieso hat der ein Pferd? Sag bloß, man kann jetzt Pferde nehmen. Äh, nächste Stadt gucke ich mal, ob ich nochmal ein Pferd nehmen kann. Aber ich habe letzte Woche auch schon einen auf dem Pferd gesehen. Er ist eigentlich gesperrt gewesen, letzte Woche für die Beta. Kann sein, dass er es vielleicht für diese Woche geöffnet hat. Ich bin großartig. Geem. Okay. Okay. Oder? Let's go. Was? Wann habe ich die denn gefunden? Boah, ich meine hier war irgendwo eine Statue von Lilith, aber keine Ahnung mehr wo die war. Was wollen auch Unix finden? Was heißt Unix? Ey, man kann! Guck mal! Die haben das echt freigeschaltet! Stallmeister! Schreit in der Kompagne voran und schließt Reitier Donans Gefallen ab, um Zugang zum Reitur zu halten. Man kann jetzt, man kann dieses Wochenende mit Tieren rumrennen. Wie geil! Oh! Ich muss noch schneller zocken, Leute! Ich muss schneller zocken! Was kann ich brauchen? Ringe. Ringe, Ringe. Kann ich keine Ringe? Stiefel, Handschuhe, Stab, bla bla bla. Äh... Dann... Hose. Ich kann das nicht schaffen. Ey, soll ich ganz kurz auf meinen anderen Charakter gehen und das machen? Ne, wir spielen jetzt durch. Ich baller das hier schnell durch. Ist gar kein Problem für mich. Gut. Was anderes willst du? Da stand letzte Woche auch da? Ne, da stand nicht letzte Woche auch da. Was brauchst du? Da stand er letzte Woche nicht. Und da war auch ein Zeichen dran an dem Ding. Ja, damit... Ja, damit... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das in einem meiner Videos gezeigt. Wenn du motiviert bist, guck nochmal nach. Belohnung freigeschaltet. Tobender Tiermensch. So nämlich. Mehr andere in dem Camp. So nämlich. Sie hat es gemacht. Gucken, wie schnell wir die Story durchbekommen, wenn ich jetzt komplett, ich kenne die Story ja, wenn ich komplett durchrase. Willst du noch deinen YouTube-Kanal abonnieren? Hast du noch nicht? Schande. Ich kenne die Tricks. Du hast noch nicht den besten YouTube-Kanal Deutschlands abonniert, das ist ja wohl eine Frechheit. Boom. Hey, das ist meine Mutter's Charme auf deiner Brüste. Hm, es ist meine jetzt, Frau. Sie hat mir gefordert, wenn ich sie und ihr Freund passen durch. Ich kenne die Tricks. Ich kenne die Tricks. Ich kenne die Tricks. Boah, ich bin ganz knappe Level ab. Ich kenne die Tricks. Ich kenne die Tricks. Und lasse meine Mutter und Livis' Geist für so lange, wie das dauert. Ich kenne die Tricks. Ich kenne die Tricks. Level ab. so was gibt es denn hier reduziert die abgängtheit oder das ist gut 20 geisteskraft auch gut auch gut scheiße gehe ich auf angriff oder auf heilung heilung das gut für bosse damit ich mich heilen kann einfach weggemacht ich bin ich die einfach weg der druide gefällt mir richtig gut babar war cool weil der halt richtig schnell angegriffen hat das war cool und mit dem dornen schaden war der quasi unbesiegbar aber das hier ist ja so belohnend und macht so viel spaß und er kann beim angreifen laufen das konnte der babar glaube ich auch nicht da macht er viel schaden so Was ist das? Nichts kommt raus. Das ist alles. Also Clickbait kannst du, ja? Was für Clickbait? Du musst ja nicht. Hä? Du bist doch hier der Neugierige. Kann ich ja nichts für, für deine Neugier. Locked. Over here. Ich kann durch die andere Seite. Clickbait hat der. Und da geht sie. Und was der Barbar nicht hatte, der hatte keinen Standardangriff, der, also den Angriff, den ich benutzt habe, der mehrere Gegner gleichzeitig angegriffen hat. Das ist auch sehr chillig, weil du oft hast, dass du irgendwelche Gegner, also Gegner Mengen in den Hass. What? Der hat den gewonnen hat. Okay. Deine YouTube-Viotitel. Was? Wieso das denn? Was soll ich denn reinschreiben? Ja, hier ist ein Video. Viel Spaß. Keiner jemals wusste. Also erst mal steht das da nicht so. Und zweitens ist es auch halt einfach wahr. Ist ja nicht so, als würde ich Unsinn. Ich glaube, du weißt nicht, was das Wort Clickbait bedeutet. Clickbait bedeutet, dass im Titel oder im Bild was steht oder zu sehen ist, was gar nicht im Video vorkommt. Ich glaube, du weißt nicht, was Clickbait ist. Ich google das. Oh mein Gott, ist das belohnend. Und wie ich mir einen Druiden machen werde, wenn das Spiel rauskommt. Ich werde mir so einen krassen Druiden machen. Bum. Bum. Leder Wams. Bum. Bum. Ich will die einfach zersplittern. Die Neugierde Welt. Okay, dann zweite Frage. Was ist daran schlimm? An einem kleinen Informationsschnipsel, der die Neugierde weckt? Klingt doch super. Oh, ein Ring bekommen. Nichts ist daran schlimm. Achso, okay. Über Spitzenmittel oder eine reißerischen Überschritte. Ja, aber vergleichst du mich wirklich mit sowas? Also wenn du es for real mich damit vergleichst, dann bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Apropos News Seiten. Gibt es da was Neues vom Nagelsmann? Nee, immer noch nix. Krass. Also für jeden, der jetzt nicht checkt, was hier überhaupt abgeht, das ist normal, weil ihr halt überhaupt gar nichts mehr auf Story gesehen habt. Wenn ihr die Story komplett sehen wollt, dann empfehle ich euch, holt euch das Game. Aber ich gucke mir jetzt nicht fünfmal die Story an. Ich habe letzte Woche ja schon drei Klassen gespielt und jetzt gucke ich mir das natürlich nicht nochmal an. Hat sich ja auch nichts geändert. Ich weiß ja nicht, was die Steuerung ist. Wie geil der Bär läuft. Übel. Bär läuft ein bisschen als Bär rum. Recht gefährlich läuft der rum. Recht gefährlich ist der. Er ist auch so stark, der Bär. Er ist so stark. Bum. Das fühlt sich so unglaublich gut an. Wolf, kannst du nicht? Doch, doch. Ich könnte auch Wolf nehmen. Aber da man ja nur bis Level 25 leveln kann, sind die Level und Fähigkeitspunkte ein bisschen begrenzt. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen entscheiden. Ich habe auch eben gezeigt, was man alles leveln kann. Also, Werwolf gibt es und Bär gibt es. Und dann gibt es noch Begleiter. Das kommt, glaube ich, ab Level 15 oder so. Die ich nehmen kann. Äh, zwei Wölfe und ein Adler. Aber Bär ist halt schon cool. Bärwolf ist bestimmt auch cool. Aber Bär... Bitte. Wenn die Wahl ist zwischen einem Wolf und einem Bären, wer nimmt denn da den Wolf? So... Schnauze. Oh! Ein Dämonenplatz. Ey, der läuft so cool. Ich brauche davon... Ich brauche den für ein Thumbnail gleich. Aber als Wolf ist man schneller. Wow. Glaube ich zumindest. Das fühlt sich so an. Sehr schneller. Das war jetzt nur 1 W-Affluster, oder? Hä? War gar keinen Sinn. Das war jetzt nur 1 W-Affluster, oder? Oh. You've lost it. Warte. Bin level up. Ich habe aufgepasst. Hier. Wölfe und Adler. ich würde aber den level leveln den level leveln wegen angriffsgeschwindigkeit und der heilung der macht ultra viel spaß spaß ultra viel schaden also ich habe mit weder dem zauberer noch den jäger noch den barbaren so viel schaden zu diesem zeitpunkt gemacht als der killt alles one hit mit dieser attacke und er hat keine krasse krasse krasses gear oder so ich bin einfach nur durch gerannt fühlt sich ein bisschen zu stark an bisher ja nicht mehr one hit alles alles zurück fast level ab viecher gehen wir auf den sack level ab ich würde was das hier halt 21,8 prozent ach das ist halt prozent okay chill ich dann wahrscheinlich vier level höher kommt er auf 1,8 mal vier 4 4,5 auf 25,5 oder 25 oder so dann würde ich den jetzt erstmal lassen da brauche ich noch zwei leveln und die zwei level packe ich entweder hier rein ach guck mal das brauche ich noch unbetäubt naja brauche ich nicht unnötig zerfetzen ist auch cool geisteskraft ja das brauche ich nicht drei schaden mehr nicht füße wir scheinbar fünf prozent ja auf was gehe ich scheiße heilung heilung gut eigentlich oder angriff ja oder das hier das ist halt auch gut ne umso öfter kann ich das ding einsetzen nächste rang 6 das ist echt nicht viel hola ich kämpfe viel zu viel ich muss mal durch neyrelle komm neyrelle komm romm dann gehen wir raus ab ich denke ich kann es ok komm 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 oh überlebt Wenn er einfach so eine ganze Masse wegballert Ich habe das geschafft! Tadam 5 Minuten Alter Wir dürfen auf gar keinen Fall rausfliegen aus der Sitzung hier Ich stehe einfach deinen Damage Skill Mein Viereck Ich will follow you to the end of Sanctuary, Mother There she is You must stop this Look at the gifts she's given me Man merkt, dass ich auch Veteranen spiele Tatsächlich Ey Wenhart Wenhart Loll auf den Boden Nein, nein, nein Weg da Jetzt müsste letzte Welle kommen Ist auch sogar noch Ja, ja Also das Cinematic Intro ist mit das beste Intro oder überhaupt das beste Videospiel Video, was ich je gesehen habe Ich dachte Demon Soldier ist schon krasser aus, aber das sieht nochmal krasser aus Ich muss warten Ich muss warten Ich muss warten Oh Ich bin fertig Alter, die Eintrachter macht ja übel Schaden. Alter. Alter. Stirb. Geh doch. Das war ganz schön schwierig. So, fast mehr als die Hälfte der Story ist schon fertig, haben wir schon geschafft. Also vom Akt 1. Wie lange sind wir jetzt? 50 Minuten? Ja, ich denke nochmal noch 50 Minuten. Ich muss mir jetzt einen Segen holen, da muss ich nochmal zurück zu der. Und dann gegen Lilith kämpfen, beziehungsweise ihren Sohn da oder was da ist, keine Ahnung. Sohn.